Ich weiß nicht, ob es drin ist, das Spiel ist. Mal gucken, war das schon da? Ja, ich dachte mir fast, das ist noch nicht drin. Nein, das ist nicht drin. Aber doch, mein gruner Alarm. Doch da. Fertig. Ich habe es euch angezeigt. So, alles gut? Das ist ja schön. Jetzt habe ich so etwas gezeichnet. Ich hoffe es mal. Ja, ich habe mich auch geblieben. Autonomisch scheint richtig zu sein. Ja. Ich habe leider keinen Übergang. Ich bin immer gebasteln demnächst noch. Und das ist ein vernünftiger Ort im Spiel. Ja. Ja. Ich habe noch kein Spiel gemacht. Nichts als 200. Ich habe kein Konfum. Ich habe kein Konfum drin. Ich habe noch nicht gespielt. Also, es ist für mich jetzt ganz neu. Auch das erste Mal. Ich wollte wenigstens mal eine halbe Stunde davon zeigen. Vielleicht müssen wir mehr. 3,5 Stunden. Dann ist es um 22.30 Uhr ungefähr. Ist schon nicht so lang wie sonst immer das Stream heute. Aber ich hoffe es ist okay. Also nicht bis 1 Uhr, 2 Uhr. Aber ich denke mal es reicht, um den ersten Eindruck zu machen. Von Akai Novo. Und ihr könnt ja überlegen dann, ob ihr es weiter sehen möchtet. Oder ob das dann doch wieder nicht so der Bringer ist. Aber mal schauen. Okay. 5 Mal. Tab für Inventory. Okay. schnell. Tab für mal. Open Inventory. Wunderbar. You can example in. Press. Any key. So. Willkommen bei. Akai Novo. Novoi. 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 Kein Novoi. Das ist halt ein Schwieriger. Ich habe auch mitgeschrieben. Hier sehe ich gerade. Sekunde. Ich muss noch etwas ändern. Das stimmt so nicht. Der Name ist Flatschgeschrich. Schwierig. Das hat etwas von Pt. Also nicht immer. Das ist ein bisschen wie Pt. Angelebt. Wobei es nicht schlecht sein muss. Ah. Da habe ich Alai. Alai geschrieben. Ach ja. Akai. Oh Gott. Akai. Akai. Noro. Noro ist richtig. Noroi. Roy. Ja schwierig. No Roy, Kai No Roy, will ich. Ton ist okay, Bild ist okay, hoffe ich mal. Wie das hat etwas von... Das ist ein Schatten. Es fängt ganz harmlos an, die Erszenung verlaufen. Ne, Knaller, was weiß ich, was ist das da? Ist ja mein Eis ab, komm. Okay, man kann sich verstecken, ich... Zwiebel ist das. Kann ich nicht drehen? Dorothee. Ja, T. Bitte kann ich das nicht drehen. Mit RT. Ja. Okay. 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 Ich lass mal auf einen sichern, Rüstland. Ich kann es nicht drehen, es ist schon mal nicht gut. Leck. Ja, das sehe ich gerade. Es leckt. Was ist denn das wieder? Es leckt. Ich lass mal hier lesen. Ja, Beach. Ah, ok. Aber jetzt kann man direkt drauf lesen, was draufsteht. Leck hat das. Lies auf Englisch. Was die stören tut ein bisschen, ist, dass ich nicht drehen kann. Ich versuch mal den Stock umzustellen. Gar nichts. Das Leck stört mich auch ein bisschen. Das Leck tut. Leck tut. Ich hätte es jetzt gerne höchst auf dem Spiel. Ganz ehrlich. Das Lecker machen. Game. Grafics. Enable. Also der. Hm. Braucht keinen eigentlich. Motion Blur ist auch doof. Aber kann nicht viel einstellen, ne? Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie viel einstellen kannst. Ich weiß nicht, wie viel einstellen kannst. Dein Spiel. Da ist ja so alt durchgehen läuft. Das ist der leufe. 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 Das fehlt mir gar nicht. Ich muss es umstellen sonst. Wie gesagt. Erstmal zeige ich euch dann mal das Spiel soweit. Ich hoffe, man kann es jetzt besser. Warum topft es die ganze Zeit? Es leckt aber Gewalt hier. Was ist denn das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich nehme die von Telefon hier, ne? Ich schätze mal, wenn die nächste Aufnahme die ich nächstes Mal machen werde, werde ich sie ein bisschen umändern. Dann werde ich die 30 FPS machen, statt 60 FPS bei OPS. Und hoffentlich sind die Länge gut. Vielleicht kann man 6000 machen. 6000 Betracht halt so normal. Telefon. Gibt es hier auch so etwas wie Lichtartetelefon. Wenn ich sie gehen würde. Wenn ich sie gehen würde. Ich kann es nicht bewegen. Es ist nicht gut. Ah, ok. Festhalten. Ok. Gut. Eben das Telefon. Hier kann man sehr viel sehen. Gar nichts. Ist auch nicht schlimm. Gut. Guck. Oh, gut. Also muss ich die Taste festhalten. Hier kann man auch drehen. Wenn ja lustig ist. Ok. Hallo. Willkommen. wie das ist ein erster versuch im spiel ich muss die auflösung ändern etwas weil er kann ich ja nicht das ist von leben wo ist das telefon aber rosa schlägt mir zu viel spielen das ist zu leiden leute Das ist ein Längenboot. Habe ich dir mitgerichtet? Scheiße! Ich liebe Fliegen. Liebt ihr auch Fliegen? Oh, was ist denn was sein wirklich hier? Ameisen. Roten Augen. Aufhörer Krabbelpücher. Oh! Hey! Das war gut. Ich bin wirklich drauf vorbereitet auf solche Sachen. Scheiße! Also es hat auf jeden Fall eine Schande Grafik gefickte. Was sind Wespen hier? Vorne Ameisen, hier Wespen. Ich weiß nicht, wie das hat was vom PC, also nicht wundern. Das ist einiges am PC erinnert. Ich muss dann nochmal alles aufnehmen. 3 Safe Base oder so. Oder ich muss irgendwie gucken, dass ich die Grafik unendere. Das fällt mir so nicht. Warum ist das so am Längen? Es tut mir leid, dass es am Längen ist, aber echt leid. Das ist nur wund. Das waren die da gehabt. Jetzt haben wir jetzt zweizeitsüber ab. Das ist nur Handy, ich wundere den Grund. Das ist ein Ruckelt-Spiel gerade im Stream. Bei mir läuft es flüssig und hier ruckelt es. Es war echt leid. Ich muss mal gucken, dass ich es umstelle. Wenn ich nächstes Mal aufnehme, das Ganze. Ich muss es umstellen. Ich weiß noch nicht, ob es klappt oder ich hoffe, dass es klappt. Aber kann es nicht während des Spiels umstellen auf 30 FPS oder so? Hm. Mal gucken. Es wäre jetzt nicht mehr, wenn das Spiel weitergehen würde. Also der Anfang ist okay bis jetzt. Aber ich muss gucken, dass ich den umstelle. Das Ganze. Weil... Schwarzes Bild. Das ist ein Flashlight? F? Flashlight? Q? Ne, gibt's nicht. Warum waren diese Flickviecher? Ganz ehrlich.